Alle wollen Schweizer Shop! Alle wollen Schweizer Shop! Alle wollen Schweizer Shop! Ja, ich kann's mir leisten! Trinken Milch! Trinken Milch! Trinken Milch! Dass du den Zwangtext ausländisch kennst, macht mir leider Gottes Angst. Erstens das, wir sehen gut aus. Ja. Nee, alles gut. Haben Titten. Ja. Nachdenken mir... ...ne Nightblade zu holen. Ja. Ich brauch jetzt dann. Wobei ich tatsächlich eher anstatt zu Barty, zu Sanchez sendiere. Oh, ja. Die ist wahrscheinlich ein bisschen langsamer als die Barty... Äh, ich meine die BF100, sorry. Das wird sich ganz spannend, was du meinst. Äh, aber ich find die persönlich besser. Und die kostet nicht so viel. Optisch ist die Sanchez schon besser. Bei mir geht's halt um die Geschwindigkeit. Ja. Ich weiß nicht, ich will in den richtigen Momenten, will ich wegkommen halt. Ja. Einfach querfeldein. Ja, genau, das ist die Intention. Und nicht zu tief fallen, sonst ist der Marsch. Ja. Und mit der Sanchez... Ich hab keine Ahnung, warum ich noch mal die BF400 nicht mehr mochte. Sie sieht einfach aus wie Scheiße. Ja. Das stimmt. Ich bin halt... Sie sieht so auffällig aus. Muss nicht eigentlich sein. Sie sieht einfach hässlich aus. Ja. Aber das Auto, das ich mir kaufe, ist eigentlich ein Sportauto. Was für ein Auto? Ich will ein Sultan Classic. Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie tut mir dieses Auto so ins An so. Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie ein Talent damit zu fahren. Okay. Kann ich den Classic? Was? Weil ich den RS-Version nicht schön finde. Äh. Bei den RS kann man glaube ich richtig geil tunen. Kannst du den Classic auch? Und wie du den Classic geil tunen kannst, uff, mashallah? Okay, ich soll nie wieder Maschana sagen. Ja, also die roten, die ich jetzt vorhin gesehen habe, die waren mit einem Speedo unterwegs. Mit einem Speedo? Ja. Ich glaube, zu so einer Zeit kann man das eher machen. Ja, weil es ja... Es pennen auch viele. Erstens, dass... und zweitens, dadurch, dass wir hier oben sind, der Steinverarbeiter ist nicht weit. Ja. Aber wenn man ein Speedo macht, dann muss man zu zweit arbeiten. Ja, sonst steht man viel zu lange da und dann wird es kritisch. Und zu einem Speedo würde ich halt auch eher tendieren, wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist und alle das Gleiche machen wollen. Wären wir jetzt so eine Gruppe von uns zu dritt, dann würde ich sagen, machen wir mit einem Speedo, weil dann stehen hier nicht tausend Autos rum. Ja. Sondern nur ein Auto und ein Motorraum vielleicht oder so. Ja. Weißt wie du hast denn nur zwei Sitze? Ne, vier. Vier? Er ist vier? Jetzt noch hinten in den Laderaum. Egal! Ich... 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 Gomenasai. Einmal... Gomenasai. Hi. Seit wann kannst du japanisch? Seit ich Anime schau. Ach du Scheiße. Okay. Das hab ich schon ewig. Ich schau seit ich 14 bin Anime. Oder 13. Same! Ich guck grad aktiv Naruto das dritte Mal komplett durch. Ich bin aktuell bei so... Ich... Ich... Ich weiß nicht. Irgendwie tun mich... Tun mich aktuell so die... Es gibt doch aktuell voll viele Re... 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 Reinkarnations... Animes. Re... Reinkarnations... Animes? Also so... Der Typ stirbt im modernen Japan und wacht irgendwie in der Fantasiewelt auf. Also z.B. The Time I Got Reincarnated as a Slime. Also the world's finest SSC... SS... Scene. So wie Angel Beats? Äh... Ich kann's dir grad nicht sagen... Wie... Boah... Als ob du nicht Angel Beats kennst. Ich bin enttäuscht. Ich kenn's. Ich kenn's. Aber ich hab einfach nicht... Weiter geschaut. Weil meine Telefonpartnerin Angel Beats nicht kennt. Ich kenn's. Ich kenn Angel Beats. Äh... Ich bin enttäuscht, weil meine Telefonpartnerin hier Angel Beats nicht kennt. Ja. Wir haben's grad von Anime tatsächlich. Die roten beiden? Aber gut. Ich störe nicht weiter. Ich muss weiter. Tada. Ja. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das beim Schmelzer unten geht inzwischen, aber das Diamond... Blue Diamond kauft's an. Ja. Oh... Nee. Die Ärzte an sich. Blue Odium war glaub ich... 1000 und... Palladium 700. So. Okay. Bitteschön. Tadum. Zum Henker hast du jetzt ein Männchen getroffen. Am Lager. Ja. Ach so, du bist beim Lager. Ja. Kannst du Zeug erst mal wegbringen. Ich hab ja keinen Platz mehr. Allgemein, ich hatte vorhin voll das Platzproblem. Musste ich erst mal wieder zurückrennen. So. Äh... Oh Gott. Erst mal Sonnenbrille wieder auf, weil Sonne blendet. So. Sonne ist hell. Ich mag keine Sonne. Ich mag die Wärme nicht. Also so die Hitze. Die Wärme ist für mich nicht mal das Problem. Also wie park ich meins hin? Wenn da schon Rebell steht... Dass ich mein Rebell. Und da jetzt gleich nochmal einer steht. Genau. Dann ist es ja obvious as fuck, ne? Ja? So. So. Hat den collaborate. Oh. Das Motorrad. Schmeiz wife. Ab noch nebendran. Ist okay. Echt? die das schon öfters gemacht oder weil es hat schon ob wir ja das ist fertig ich helft ihre stein zu füllen sonst nachmock und er ist unten du bist weiss angezogen mal schnell ich hilf dir kurz so lust gemeinsam ja ich weiß aber ich dachte du machst gerade für dich noch da ins voll ist warum ist das auch ich hasse es wenn es rumspinnt ich hasse es danke meine fresse machst du den rappel immer ganz voll bis 50 kilo das ist es Ja, cool. Ja, ja, ja. Ich war immer voll komisch zum nächsten Typen. Wieso? Weil ich nie den Weg weiß. Eui, Schätz, ich hab. Eui. Ich geh meistens so... Okay, das kommt mir bekannt vor, ja. Ja, gehen wir dort durch. Oh, wow. Weißt du, was ich mich frage? Was denn, woher das ganze Kokain kommt? Stimmt. Gute Frage. Ja, nun? Mhm. 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 Aber zum Glück ist das so weit wie... wie Bachpulver und so... Backpulver-Säckchen verstecken. Ich pack's immer in so Mehlpackungen. Ja, Mehl geht auch. Aber ich glaub, selbst dann wird das PD das schon checken. Ja. Es gibt die Dumme-Pi-Dealer. Hoffe ich. Wenn ich denen auftisch von wegen... Ey. Ich hab Mehlpackungen da drin. Vorsichtig. Ich hab keinen Bock nochmal Mehl produzieren zu müssen. Dass die dann halt auch nicht wirklich jede scheiß Mehlpackung und so aufreißen müssen oder so. Weil bei dem Rohkokain ist es halt ein bisschen schwierig, weil es halt bräunlich ist, ne? Es gibt, äh, auch bräunliches Mehl. Echt? Ähm... Ja. Gut. Bildungslücke bei mir. Okay. Es gibt auch schwarzes Mehl. Was? Also es gibt... Es gibt zum einen gibt's das Weizenmehltyp 550. Das ist das... Mittelhelle. Dann gibt's das Weizenmehltyp 400. Das ist das ganz, ganz, ganz helle. Das, was ich kenne. Mhm. Und dann gibt es noch das Weizenmehltyp 1100. Das ist... Es gibt auch diese dunkleren Brote. Ja. Bei uns heißen die, äh, Ruchbrot. Okay. Aber ich glaub, das ist ganz normale Bauernbrot. Einfach das dunkle. Mhm. Ähm... Dort kannst du... Und das ist ein bisschen dunkler, weil da noch ein Teil der Schar... Also nein, es ist nicht... Es wird einfach mehr vom Korn gemahlen. Okay. Und es ist einfach so, dass, äh... Was sag ich das jetzt? Ähm... Dann gibt es noch das Vollkornrot. Das ist einfach das gesamte Korn. Okay. Ja. Und das... Ähm... Dann gibt es aber auch noch, äh... Du kannst... Du kannst so viele Sachen machen. Du kannst das, äh... Das Malturo. Das ist zum Beispiel, äh... Das ist... Irgend so ein Zusatzmehl. Ich hab keine Ahnung. Das macht einfach das Brot dunkler. Mhm. Das macht auch das... Das Mehl... Das Mehl dunkler. Es ist einfach so... Es sieht aus wie Kakaopulver. Ah, okay. Und es ist auch so dementsprechend ätzend an den Händen. Also... Ah. Es ist einfach so... Es... Du kriegst es nicht weg ohne Wasser. Ach so schön. Okay. Also ich fähr voll. Und du? Ich brauch noch kurz, sehe ich. Okay. Ich bin voll? Bin ich wirklich voll? Ist die Frage? Nein. Nicht. Eins noch. Einer geht noch. Einer geht noch ein. Einer geht noch ein. Einer geht noch ein. Aber gut. Ich muss dann noch kurz den Rebel vormachen. Nochmal kurz zurück. Das hast du dich holen. Und dann. Ja, aber es ist ja nicht mehr so viel, dass du mitnehmen musst. Dann. Ja. Jetzt werde ich. Ich hab halt so Angst, dass hier jemand steht auf einmal. Ja. Nicht ich auch. Ja. 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 urai. Ich Ich gehw schon vorher vor, zum nächsten, dann ist es nicht ganz so auf. Sorry. Noch näher. Warum nicht? Weil ich gerne unter DAS stehe, für den Fall das Telekom. Oh. Dann sehen sie nämlich nur die Autos. Ja, ne, die BF würde ich auch nicht anmelden. Aber wir Frauen haben allgemein einfach einen Vorteil gegenüber den Männern. Jo. Wir sind schlau. Erstens DAS, wir sehen gut aus. Haha. Ja. Nee, alles gut. Haben titten. Ja. 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 14% Oh. possibly going. 47% Ich fühl mich alt. Wieso? Weil ich mich alt fühle, okay? Boah, Tuch Tuch. Tuch Tuch. Wie alt bist du? 33. Du fühlst dich alt? Ey. Wie älter als du? Okay. Wie alt bist du? 33. Also 87. 89. Dann bist du, hä? Ah. Ich hatte noch nicht Geburtstag. Okay. Achso, sind es nur ein Jahr. Weißt du. Warte, ich hatte heute auch... Äh, ich hatte auch dieses Jahr noch nicht Geburtstag. Es sind zwei Jahre. Also dann bist du 18... 89. Hä? Nee. Stopp. Nee. Kann ich sein. Bin ich jetzt dumm? Warte. Warte. Bin ich dumm? Hab ich einen Geburtstag bei mir verpasst? Oder... Alter. Warte. 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 Nee! Ich bin 32. Ich werde dieses Jahr 33. 1932. Achso. Bist du 88? Nein. 1989. Rechne es nach. Wir haben jetzt 2022. Ja. Ja. Ich werde 32. Ich werde 33. Okay. Dann stimmt es doch. Boah. Ey. Ich wollte schon sagen. So what the fuck. Was habe ich jetzt verpasst? Boah. Okay. Nee. Dann ist ein Ja-Unterschied. Ja. Nee. Ich dachte, weil du gemeint hast, ich hatte noch nicht Geburtstag, dass du doch 30 bist anstatt 31. Nee. Okay. Nee. Dann stimmt das. Dann haben wir keine Existenzkrisen. Das ist gut. Ich bin 1990. Boah. Ich hätte die Polizei und alles immer angelogen. Und die hätten es nie gemerkt. Hoch. Hoch. Passiert. Passiert. Shit happens. Upsi. 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 Und dann schön brauche ich zum Lager gehen. Zeit tun. dann nach hause den speedo schnappen dann ab geht's ab geht die post wochen kaffee ohne scheiß aber der ist im ich habe keinen bock den jetzt zu holen wir schlagen uns gegenseitig das ist nicht gut was geben okay aber bitte keinen weiteren schlag ich kann gerade nicht mal kurz alles gut aber ich habe was mit dir freude macht kaffee ja ich sehe schon kommen spätestens wenn miguel mir noch mal einer auf die schnauze gibt ist mir wieder schwindlig ja ja niemand anders nur er ich glaube aber der macht es einfach er legt es einfach als unfall aus dabei macht es ihm spaß ich habe nichts mehr dabei ich bin fertig ich noch nicht ganz ich habe noch 60 ok soll ich dich eiskalt alleine lassen und schon mal vorfahren oder soll ich bleiben die paar sekunden kannst du noch warten ok jane also kann ich nur also als ob ich mich mit dem niveau von dir herumschlagen würde ich habe ja keins ja aber ich kann doch einfach stacy sein ich bin stefanie also ohne witz noch du solltest vielleicht mal dein kleidungsstil überdenken der ist sowas von überholt der ist sowas von 1980 genau selbst meine oma ist damit schon rumgelaufen eigentlich ich ja ja und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020